Wir sind erst in Part 10. Und wir sind dann schon... Aber das dauert mir zu lange, du wirst ja das... Ja, hier ist Reibsand, das weiß ich. Und deswegen lauf ich auch da drin. Wer bist du denn? Au! Ich konnte nicht über den Rüberspringen. Das ist nicht gegangen. Was machst du denn da? Ah, nein. Lakitos! Nein, das sind gar keine Lakitos. Was sind die Dinger normal, weiß ich nicht mehr. Ah, wir sind hier schon fast um. Tack schön. So, da sind wir auch schon. Oh! Stützt dich da unten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie geht es? Gute Nacht. Gute Nacht. wir haben ja nicht mal den zweiten Burser besiegt dann können wir schon zum Endboss also zum ja wirklichen Endboss zum Endboss des Spiels können die 8 roten Münzen ähm ist denn Stern 6 äh wir sammeln 8 roten Münzen Stern 6 ist ja noch blöder als die Münzen wir sehen hier dass der Boden immer weiter ich glaube hier gerade ganz gerade das passiert wenn man zu schnell läuft Freunde und das war gerade ein Tod im Sand also wenn ihr auch sterben wollt macht das bitte nach so wie Mario und äh ja dann erstickt ihr auch das wäre nützlich wenn man nicht mehr leben will ja noch dünner geht es wirklich nicht mehr ah jahoo ja ich muss die Ankündigungen löschen weil es tut mir leid aber es können keine Ankündigungen mehr kommen da könnt ihr euch überraschen lassen könnt ihr euch überraschen lassen Specials werden vielleicht noch kommen Abonnenten Specials wenn ich dann überhaupt mal irgendwann hübertriege ab 100 fange ich an und dann immer in 100er Schritten oder so muss mal gucken äh wo sind denn die anderen irgendwo im Suchbereich da oben sind sie wir müssen wieder auf allen vier Säulen landen wieder wenn wir sie kriege ja ja wach 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 da ist ja eine da ist eine da ist eine da ist eine guck mal so h da ja ja Lacki doch Lacki doch Lacki doch äh nein äh äh hei hei ja nein 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 was zum stamm ja wenn ich nicht verpassen nein 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 was war das denn aber auch nicht mehr wieder runter mann nicht dann auch nicht hier die Art Roten Münzen Noooo! Ich habe ehrlich gesagt, keine Lust auf diese Welt und deswegen breche ich die ab! Ja... Blöde Welt... Wieso bin ich denn wieder hier? Machen wir also jetzt wirklich diese Zoom-Frotte. Ich habe gar keine Lust auf die… Müssen wir die... Naja... hihihi es tut mir leid Leute aber aber es ist ja kein 100% worden und deswegen bin ja ich kann doch ich spiele ja noch nicht so gut obwohl das hier glaube ich mein ältestes Spiel ist das ich habe ähm ja und ja ich bin ja nicht so groß ja so große Zocker wie die anderen alle Luz Lamine und ja nein das spiele ich hier dann nicht fertig gleich den Endboss bis zum Endboss gleich den Endboss schaffen wir dann vielleicht ähm ja aber wie gesagt es wird kein 100% wann wird wohl kein Spiel sein von mir aber ja ich weiß auch nicht dann machen wir die Giftkorte ja ich habe auch keine Lust auf die deswegen machen wir diese Wasserwelt aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf ich habe jetzt eigentlich auch heute habe ich gar keine Lust auf Minecraft sondern äh auf Mario sondern irgendwie auf Minecraft naja auf Minecraft habe ich immer Bock aber halt ja Banjo Kazooie Banjo Kazooie da habe ich jetzt auch Lust drauf äh auch Lust drauf und dann spiele ich jetzt Banjo Kazooie und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hoffentlich dann ähm in der Giftkorte oder vielleicht in dieser Welt da ja das ist schon der Bosa aber da ist noch eine Welt drin ja ja zwar diese Welt da dahinter befindet sich der Bosa Kamm ähm ja das sag ich einfach bis zum nächsten Mal also wir stehen dann das nächste Mal vor der Giftkorte also dann tschau